Leute, die ihren Job aber ganz schlecht erledigt haben. Also erst sieht die Überschrift normal aus. Aber dann hat anscheinend irgendjemand den Praktikanten an die Tastatur gelassen. Junge, da ist überall Wasser, außer da, wo das Wasser sein sollte. Also im Pool. Das ist scheiße. Und da noch schlimmer. Warum baust du den Gully nicht tiefer als die Straße? Das ergibt mir da gar keinen Sinn, Mann. Bei dieser Schule wurde renoviert und plötzlich sah die Tür so aus. Also aus irgendeinem Grund haben die die Decke in die Tür gebaut. Und ich bezweifle, dass dieser Designer Pokémon gespielt hat. Weil sonst wüsste der, dass Pikachu anders aussieht. Da steht neun Tage die Woche geöffnet. Ich frag mich, wie die das hinkriegen. Ich würd's auch gern können. Und wenn man da mal entspannt auf dem Balkon will, dann... Hier war jemand ganz schlecht in Puzzle. Du hattest zwei Puzzleteile und hast trotzdem versagt. Das hätte auch ich sein können. Und ich hoffe, ich bin nicht der Einzige, der verwirrt ist, wo man bei diesen Toiletten jetzt reingehen soll. Freunde, vertraut mir, das ist kein Wasser. Das ist kein Wasser.